Blumen sind die Sprache des Herzens und es gibt wohl kaum einen Anlass, wo diese Naturwunder nicht passen würden. Bei moderne Floristik Spieß in Pötmes weiß man um die Macht der Blumen und hat sich ihnen mit Leib und Seele verschrieben. Mit viel Liebe zum Detail werden fantastische Floristik-Arrangements für die verschiedensten Gelegenheiten kreiert. Ob Geburtstag, Hochzeit oder Trauerfall. Die sympathische Spießtruppe umrahmt alles mit Blumenschmuck, den man so schnell nicht vergisst. Chefin Stefanie Fritz hat auch bei Dekorationen ein feines Händchen, wie er geschmackvoll eingerichteter Laden beweist. Zudem findet sich hier ein großes Sortiment an Blumentöpfen und trendigen Wohnaccessoires in vielen Farben. Da es auch auf dem Gebiet der Floristik immer wieder etwas Neues gibt, nimmt Stefanie Fritz regelmäßig an Fortbildungen und Seminaren teil. Moderne Floristik Blumenspieß, traumhafte Ideen und ein praktischer Lieferservice. Interdecken т